Reichert Immobilien präsentiert eine Immobilie der besonderen Art. Graz, schon gefeiert und bekannt als eine der Kulturhauptstädte Europas. Eingebettet inmitten der Grazer Altstadt hebt sich diese extravagante Immobilie hervor. Hergestellt durch die Sorgfalt und Fachkenntnis eines ortsansässigen Baumeisterunternehmens, ist diese Wohnung mit viel Liebe zum Detail nachhaltig instand gesetzt und optimiert worden. Dieses Altbaujuwel verleiht aufgrund einer Raumhöhe von 3,4 Metern mit den entsprechenden Flügeltüren und dem neu restaurierten Kassettenboden aus der Gründerzeit ein einmaliges, offenes, warmes und behagliches Raumgefühl. Elektro- sowie Wasserleitungen entsprechen nun dem Stand der heutigen Technik. Böden wurden präzise aufgearbeitet, die Beleuchtungselemente optimal mit dem Raumkonzept abgestimmt. Das Eingangsportal, wie auch Flügeltüren und Fenster neu justiert und restauriert. Stukaturen und feinste Materialien machen Ihr neues Zuhause zu einer geschmackvollen Wohlfühloase und zu einem repräsentativen Wohnsitz. Vereinbaren Sie noch heute einen Besichtigungstermin und lassen Sie sich professionell und vor allem ausführlich beraten.